Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast. Wir sind immer noch in der Höhle, aber so langsam nähert sich unsere Höhlen-Torte schon mal dem Ende. Und dann werden wir hier zum einen hier runter gehen, weil ich wollte mal gucken, ob hier unten noch was ist. Und dann uns so langsam doch in Richtung Tagesgeschehen wieder zurück bewegen, also sprich ans Tageslicht, nicht Tagesgeschehen. Aber ich kann ja trotzdem mal hier kurz runter springen und schauen, ob hier irgendwo noch was sein könnte. Ich buddel mich mal hier hinter noch durch. Ja guck, hat sich doch gelohnt. Genau deswegen, Diamanten, 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 na endlich. So übrigens Errungenschaft Diamanten, wir hatten ja schon mal welche gefunden. Wir haben sie jetzt nochmal bekommen, schlicht ergreifen, weil wir ja hier auf Servern hin und her spielen und es auf Servern gespeichert ist. Ich hab Diamanten gefunden. Ah, na Gott sei Dank. Hat sich wenigstens gelohnt. Wie viel haben wir? Sehe ich ja gerade nicht, weil die ja alle in dem Rucksack verspunden sind. So, das heißt jetzt für mich auf jeden Fall, wir werden uns nach oben begeben, weil ich kenne mich. Wenn ich Diamanten im Rucksack habe, heißt das, ich werde unvorsichtig und werde irgendwo in irgendeine Falle stolpern und werde mich selbst umbringen. Und das will ich tun nichts vermeiden. Einfach indem ich gucke, dass ich nach oben wegkomme. Was haben wir denn da hinten? Ist das noch ein Dungeon? Okay, ich werde jetzt unvorsichtig. Ich hab's doch gesagt, dass ich unvorsichtig werde. Ich glaub, die Kiste ist sogar durch die Lava weggebrannt. Das ist natürlich wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. So, nein, da ist noch eine Kiste. Okay. Das heißt, ich muss mich hier nur hier hinten durchkuddeln oder ich mach mal erstmal so hier. Schon allein dafür zu sorgen, dass dieser halb zerlegte Dungeon mich nicht das Leben kostet. Uh, da war die Schippe, zacke weg. Äh, das Schwert weg. Naja, wir haben ja noch. Okay, jetzt haben wir drin. Rückstoß 2. Na gut, können wir es wieder ausrüsten. Weizen, das Rückstoß 2 nehme ich mal mit. Den Eimer brauche ich nicht. Sattel brauche ich nicht. Kakaobohnen habe ich, glaub ich, schon. Und wir können ja mal gucken. Äh, hopp. Ne, so geht das nicht. Ich muss da erstmal hier unten zubauen. So. Hopp. Hopp. So, und hier zu bauen. So. Und dann kann ich ja mal gucken, ob ich das Zeug beiseite schmeißen kann und ob das eventuell von diesem Abenteurerrucksack allgesammelt wird. Aber scheinbar nicht. Na toll. Voll umsonst der Rucksack. Und so halt die Klappe. Das schubst mich ja nicht in die Lava. Ich werd dich sonst platt machen, du. Aua. Du Mistviech. Okay, dankeschön. So, was. Blöde Viecher. So, futtern müssen wir was. Mach ich jetzt eiskalt mal. Bam, 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 bam. Dankeschön. So, okay, gehen wir mal weiter und gucken mal, dass wir trotzdem nach oben kommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Weg zurücknehmen soll oder einfach hier mal lang gehen soll. Weil, wie gesagt, eigentlich will ich ja nach oben. Ich weiß, da hinten hab ich noch Schatz gesehen. Die hole ich mir auf jeden Fall noch. Oder waren es Kristalle? Ich weiß es gar nicht. Aber immerhin haben wir einen Dungeon gefunden. Leider ohne Portalgang. Wieder mal. So viel Glück hat eben nur der Du. Mehr Glück wie Verstand, der Kerl. Kann man wirklich nicht anders sagen. Hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. Alles mitnehmen. Dankeschön. Hier geht's wieder etwas hoch, aber auch gleichzeitig wieder etwas runter. Ja, du kannst mich mal. Hier haben wir noch ein bisschen Windsor 4, dann nehmen wir auch mit. Lied Diamanten, Diamanten, Diamanten. Na, dann lohnt sich's doch, doch nochmal hier zuguck zu haben. Diamantus. Wow. So, ähm, das Ding machen wir mal zu, wenn das geht. Geht nicht zu. Ist das so tief? Na sowas. Weil ich wollte nämlich gucken, ob hier irgendwo noch vielleicht noch ein paar andere Dias rumliegen, aber wenn das wirklich so tief ist, dann, äh, wird da wohl auch nichts mehr sein. So, gucken wir mal. Hier, auf jeden Fall, es geht noch eins weiter runter. Nee, da wird nichts sein. Brauche ich nicht weiter gucken. Machen wir hier nur zur Sicherheit zu wieder. Zack, zack. Äh, hier, da, zapp. Und, hier hinten. So, okay. Und ich werde mich mal kurz nach hinten durchbuddeln, um zu gucken, ob hier, ja, 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 ich werde hier gerade, ich kriege hier gerade den Orgasmus, ein, ein Diagasmus. So, so, okay, es wird natürlich wieder Zeit hier, einfach mal die Lage abzusichern. Nicht, dass es mich hier noch zerlegt. Da geht's lang, dahin geht's lang. Ja, hier sicherlich auch ab. Nur für den Fall, dass irgendwas bornt und vielleicht mich noch hier reinschiebsen, äh, schiebsen, schubsen will. Das lasse ich natürlich nicht zu. Wo ist mein, wo ist mein, da? Okay, das nehmen wir mit. Und natürlich die Dias. Und dann wird's wirklich langsam Zeit, dass wir uns in Richtung Heimat begeben. Weil das so viel Glück, oh, hier oben auch noch. Meine Fresse. So viel Glück kann ich, äh, ja, gar nicht fassen. Oh, Dias, 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 Dias. Damit hätten wir schon wieder ein paar mehr. Und mit denen kommen wir auch deutlich besser zurecht. Und, äh, jetzt sollten wir wirklich so langsam, ich habe nämlich sonst Angst, mich hier, ähm, dem Tode nahe ins, ins Ende zu begeben. Das wird garantiert passieren, wenn ich mich hier so schön verlecken lasse. Nein, 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 das darf nicht sein. So, okay, das nehmen wir alles mit. Aber, jetzt geht's wirklich nach oben. Hopp, hopp. Ja gut, hier geht's nicht weiter, glaube ich. Na gut, dann suchen wir uns eben einen anderen Weg nach oben. Eisen, solange wir, wie gesagt, Platz haben, nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. Und wenn ich keinen Platz mehr habe, schmeiße ich das raus, was ich nicht brauche. Und doch, hier geht's nach oben. Hopp, hopp, aber nicht weit. Aber immerhin. Na ja, es doch geht's weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, und da oben ist auch noch Zeug. Ich bin wirklich jetzt gerade in einer Höhle getappert, getappert, wo man wirklich viel bekommen hat. und, ja, das macht natürlich wieder einen Geogold- und Diamantenrausch, was ich eben schon erwähnt habe, was mich unvorsichtig machen lässt, wie eben jetzt gerade. Komm, wisst ihr was, ich nehme das Zeug hier noch mit, dann können wir hier oben weitergehen, wo ich mich da hochbuddel. so, hier, haufenweise von diesem, also ich denke mal an Rohstoffen, vorausgesetzt wir schaffen das Zeug, alles heil nach Hause, wird es uns erstmal nicht mehr mangeln. Ja, geht's hier wieder runter, wisst, okay, einmal der, einmal der, und der noch, so, hopp, hopp, ja, hier waren wir offensichtlich, das ist da, wo wir uns hätten auch hochbuddeln können, hier geht's hinter, ich dachte jetzt, da hätte ich noch was gesehen, aber das war, nur eine optische Täuschung, das nehmen wir mit, ja, dann eben wieder runter, und den anderen Weg versuchen, würde ich mal meinen, hopp, hopp, da habe ich doch glatt was liegen lassen, nein, so was mache ich nicht, so, hier ist dann, ja genau, hier geht's weiter, hier hinter ging's auch noch, bin ich fast am Überleg, ist das da hinten, nein, das sind nur Saphirer, ne, oh oh, da kommt ein Creeper, komm, ja, mach nur, wo hat's jetzt geblickt, von hinten, ich seh dich nicht, Skelett, da, aber hör auf, mich so hauen, sag ich dir, bumm, der nächste Creeper, so, ich mache erst mal Licht, damit ich was sehe, und hier hinten wird's auch schon wieder hell, eine Riesenhöhle hier, muss man sagen, das nehmen wir noch mit, ich gucke da unten, sicherheitshalber, wo die Lava noch mal, war noch mal nach Diamanten, ich meine, wir hatten jetzt zweimal Glück, und, äh, warum sollten das nicht, ein drittes Mal passen, und vermutlich werden wir jetzt reinfallen, ich nehme nur diesen Weg hier, und guck mal da hinten, da wo das Wasser ist, so, erst mal Wasser, und noch mal Wasser, richtig Wasser, jetzt, äh, muss ich mich hier natürlich ein bisschen gucken, nur durchgucken, fütteln, gerade bis zu dem Wasserspot da, so, da oben ist er, gucken, krieg ich nicht weg, und dann, das kommt von oben, das kommt von oben, nun gut, aber hier scheint eh nix zu sein, ich seh grad nix, zopp, 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 waa, äh, immerhin hat es hier unten zugemacht, so, hopp, dann komm ich hier hoch, wunderbar, hopp, Höhlen, Tor, ja, ich weiß, hoch gehen wollte, und hängt immer noch hier unten rum, naja, na gut, ihr kennt mich ja, so, die Dinger kann ich offensichtlich nicht einsammeln, entweder ist, nee, der ist noch nicht voll, aber die nimmt es nicht, dann mache ich das so, auch wenn ich nicht weiß, ob ich die jemals gebrauchen werde, aber man weiß es ja nie, ach, hier kommt es raus, so, hier kann man durchgehen, entsprechend machen wir ja noch hier nochmal Platz, und gehen da auch mal durch, so, halala, ich weiß, lohnt sich nicht wirklich jetzt momentan hier, aber vielleicht lohnt sich es ja doch noch, und ich bin momentan eigentlich nur auf der Suche nach ein paar Diamanten, oder Gold, das Zeug was hier ist, brauche ich nicht wirklich, okay, ich denke, ich denke wir werden uns auf den Rückweg begeben, und das reicht mir hier, wir haben zu viel, ich will mein Glück nicht überstrapazieren, alles andere als das, hier hinauf, äh, ging es hier weiter, nein, das habe ich mich schon verlaufen, seht ihr, dann gehen wir mal hier lang, das nehmen wir noch mit, wenn ich nur wüsste, wo jetzt der Weg nach oben war, lalalala, okay, das war aber das, wo es gleich nicht weiter ging, ja, oder war hier oben noch, nee, hier oben war nichts, also gucken wir mal weiter, irgendwo wird es schon hoch gehen, meine Spitzhacker macht auch nicht mehr lang mit, aber wir können uns ja eine neue bauen, ist ja kein Problem, wir gehen in einer epischen Höhlen, wo hier war, die große Höhle, genau, und hier, setze ich mal hier hin, hier darf ich auf keinen Fall runterfallen, habe ich jetzt gerade geschlossen, sprechend, ich lasse hier mal, nur für den Fall, dass ich da hinten wieder komme, und, äh, ja, versaue das Ganze, lasse ich hier mal ein bisschen, Wasser runter, darf ich hier auch noch, sicher ist sicher, wie es so schön heißt, aber sicher, okay, Obsidian übrigens könnte ich, da hinten sind Diamanten, ich glaube, ich habe noch eine Idee, ich glaube, wir holen uns noch ein paar Diamanten, so, so, hopp, habt ihr was dagegen, wenn wir noch ein paar Diamanten holen, Diamanten sind immer gut, und ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nach Hause, Diamanten, ich meine, wir werden hier nie wieder herkommen, und am Ende, kriegt sie vielleicht noch das, das wäre schlimmer, als wenn sie hier an der Wand stecken bleiben würden, nicht nur da sind Diamanten, du, güte, gut, hopp, und, hopp, und hopp, und hopp, das da unten drunter laber ist, aber scheint keine da gewesen zu sein, wunderbar, runter, wir haben halt eingesammelt, schön, da war der Spot, da hinten ist noch die, das heißt, dahinter gehe ich mal, wieder einsammeln, so, und hier mal hingehauen, und, weiter nach vorne gearbeitet, wieder einsammeln, dankeschön, so, bisschen losleuchten, oben ist Tag sein, sonst würde es da hinten nicht so hell sein, ist ja auch so, dass man quasi in der Höhle, in der Entfernung, ziemlich viel sieht, das hinten wir, so, und jetzt sollte wir wirklich langsam mal, irgendwie einen Weg nach oben finden, ernsthaft, so lange wie wir hier rumgondeln, ist jetzt schon genug, will ja auch irgendwann mal die Aufnahme beenden, wir sind jetzt so unendlich lange Folgen schon hier hin, da will ich jetzt endlich nach Hause, ich will mein Zeug sichern, da ist nichts zum nach Hause gehen, ach komm hier, nehmen wir noch mit, plop plop, wir gehen mal hier rüber, wenn wir den Weg finden, ja, ich könnte meinen Jetpack jetzt anlegen, ähm, das wäre vielleicht auch der einfache Weg, entsprechend machen wir das auch eiskalt, so, hier komm, bisschen was ist noch drin, ab, und dann sind wir hier drüben, ab, ich tue es, um einfach Jetpack Energie zu sparen, und natürlich um, äh, aufzupassen, dass wir hier nicht auch noch auf Monster treffen, doch wieder umtauschen, ich glaube, wir müssen uns am Ende nochmal in den Crafting Table und noch eine Axt oder zwei machen, weil die hier doch langsam zur Neige geht, und ich finde echt keinen Ausgang, verdammt, irgendwo muss doch mal ein Ausgang sein, äh, so, hier hinten war war, da hinten war nix, ausgangmäßiges, na gut, dann suchen wir den Ausgang eben in der nächsten Folge, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, bis zum nächsten Mal, bis denn, tschuhu, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.